Weißt du was krasses? Sag mal! Echt? Ja! Sagt wer? Digga, meine Katze, ne? Sieht man das? Ich weiß nicht ob man das sieht, weil die Camp-Quali richtig schlecht ist, aber meine Hand ist voll zerkratzt! Uwe! Ach Dibi, du wisst was! Du hast doch was im Gesicht, warte mal! Ah ja! Ach schon besser Was ist das für ne Uhr, alter? Du hast ne Ice-Watch Was für dieses Junge, so ne Casio-Uhr, alter Ja, was soll ich machen, ich kann mir ja keine bessere leisten Also, da bin ich wieder Ich ging ja schnell Irgendwann hast du vielleicht ne Wagoner für mich oder so Ich bin Schnorrer-Junge Ich hab den letzten Tag dann echt viel verloren Kannst du mich doch nicht anrufen und nach Sachen fragen Also, keine Ahnung, schlechte Zeiten oder was? Also, das sind anders schlechte Zeiten Das ist Spaß, Kuba Hast du vielleicht ne Weste für mich? Er kommt, ich beweise es hier Echt denn? Ja, kommt er aus Automaten raus Ah ok, korrekt Mit 3D-Druckkau oder was? Ja, ja, Fabrik Ja Kuba, willst du so gewinnen oder was? 5 Minuten später In der Ölfabrik gibt es dann irgendwie so ne Art Du mir Kuba, please Get Rara here Get Rara here, man Shit, I'm saying Get Rara here Ich bin extra zurück gegangen Scheiße egal Kennt ihr das bei Mario Kart Wenn ihr schummelt Wenn ihr rausfliegt Müsstet ihr mal da anfangen Wo ihr rausgeflogen seid Jaha Glaubt mir ich hol das noch Jungs Glaubt mir die werden sich da oben sowieso crashen und so Neh 4 3 5 5 5 6 5 5 6 5 6 8 7 8 10 10 10 Ey Leute, ich bin nicht disqualifiziert, ne? Nur Kuba. Ja, ha? Fuck, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020